Norddeutscher Rundfunk 2021 Die Hofgeschichten. Heute? Auf Hof Bercht wollen sie eine alte Stalldecke rausreißen. Ich will das nicht abkriegen, dann mach du. Maike Teschemacher kümmert sich um die Hufe ihrer Pferde. Da muss ich mal gucken, dass ich sie wieder in Form krieg. Auf dem Mühlenhof sind die Ergebnisse der Bodenproben da. Jetzt können sie düngen. Dann sehen wir, ob man hier ein gleichmäßiges Verteilmuster haben. Und die Ziegenzüchter sind froh, dass es einem Problemlamm endlich besser geht. Man hat mal so ein Gefühl. Und dann passiert immer wie so ein Wunder. Sanierungsarbeiten auf dem Biohof Bercht in Badenhausen am Harz. Jungbauer Johannes will mit seinen Azubis eine Stalldecke erneuern. Lukas, komm mal rein hier. Der soll uns mal hochfahren und dann gucken wir uns das Ganze erst mal an. Na gut. Hoch und dann so ein bisschen dahin, wo das Loch ist, Lukas. Den alten Stall sanieren sie seit Wochen in Etappen. Wir haben hier ein neues Dach drauf gebaut. Und jetzt müssen wir noch diese alte Decke hier abreißen. Gut. Mh, lecker. Das ist ja richtig scheiße hier. Ein bisschen Stroh. Und alle mögen dann Rattenscheiße und Dreck. Niemand weiß, was sich unter dem Morschengebälk noch so angesammelt hat. Oh nee, komm, ich will das hier nicht abkriegen. Dann mach du. Das ist ja der alte Rinderstall von uns. Der war dann schon mal Schweinestall. Und jetzt haben wir hier drüben schon neulich umgebaut. Und ja, jetzt wollen wir heute hier die restliche alte Decke abnehmen. Die muss irgendwo zwischen 1930 und 1950 hier irgendwie mal gebaut worden sein. Wir haben hier neulich ganz viel altes Stroh abgenommen. Und das war noch richtig in so Garben gepackt. Also das war echt Horror. Und jetzt müssen wir hier mal so ein bisschen gucken, dass wir das hier alles so abbekommen. Ist das hart widerlich, ey. Ja, pass auf, Silas. Wir holen mal ne Motorsäge. Und dann schneiden wir das hier noch einmal so in der Mitte durch. Dann kriegen wir es besser weg. Welche Wissen haben? Die kleine Handspezial. Ne, ne, die 5,50. Oder 5,45. Ja. Heute mit Bedienung, das ist gut. Also von unten sehen die Balken ja richtig dammlig aus, ne? Aber... Von oben geht es noch halbwegs. Die sind so schön gekalkt worden die ganzen Jahre lang. Die sind eigentlich noch in Ordnung. Nur diese alten Bretter hier, die haben es hinter sich. Schön gekalkt. Vielleicht lasse ich euch das mal abschleifen. An so einem schönen Regentag, Silas. Naja, bestimmt. Dann musst du aber vorher Einweisungen machen, ne? Fein säuberlich, wie sich das gehört. Das heißt, ich muss 5 Stück vorher machen. Und dann mach ich die letzten 3 alleine. Ja, ja. War eigentlich schon gedacht. Raus ist immer schneller wie rein. Also raus, wenn es gut läuft, haben wir das heute Nachmittag durch. Heute Nachmittag? Wieso die Balken? Ach, das halbe Stunde, dann sind wir durch. Guck mal, jetzt kommt die Motorsäge, dann sägen wir das rein. Alles raus, zusammengeräumt auf den Anhänger weg. Neun Platten drauf, ist doch eigentlich alles recht simpel. Ja. Was haben wir? Wenn du das sagst, Meister. Hier, Lukas. Johannes führt den Hof in der dritten Generation. Und seit er hier vor 5 Jahren die Verantwortung übernommen und den Familienbetrieb auf Bio umgestellt hat, gehört die Ertüchtigung der in die Jahre gekommenen Stallungen zum Arbeitsalltag. Dieser Stall hier ist einer der ältesten auf Hof Bercht. Das hier war also früher, ganz früher war das hier auch mal Strohboden wahrscheinlich. Und mein Großvater und Vater und ich, wir haben ja dann immer sozusagen angebaut. Und ja, dann wurde das Stroh hier nicht mehr gebraucht. Dann wurde es einfach liegen gelassen, weil man hatte, glaube ich, genug Arbeit, um hier das einfach zu vergessen. Das ist wie die Kamera des Schreckens hier oben. Auf jeden Fall nachher gut Nase putzen, Silas. Kannst dich dreistragen, feil husten. Dann kannst du das Rauchen sein lassen, Johannes. Ja, das stimmt auch wieder. Das brauchst du dann nicht mehr. Ich habe nur nie geraucht, so richtig zumindest. Vielleicht mal gezogen oder zwei, drei Zigaretten. Das war es dann aber auch. Alter Party-Raucher, du. Nö, auch nicht. Nur die ganze Scheiße aus dem Stroh raussammeln, Silas. Das wird ein Spaß. Die Stallaktion gerät staubiger als erwartet. Dannau in Schleswig-Holstein. Auf dem Biohof Berg bereitet Maike Teschemacher alles für ein schnelles Mittagessen vor. Unsere Laib- und Magenspeise von den Teschemachers, das sind Kartoffeln mit Quark. Und ein bisschen Gemüse dazu und Salat. Wir essen es einfach gerne, es geht schnell. Und Leinöl noch dazu, dann sind wir glücklich. Zumindest die anderen Familienmitglieder sind glücklich, denn es ist noch Fastenzeit und Maike hält sich dran. Die engen Hosen. Freue ich mich drauf, dass mir die Arbeitshose da wieder besser passt. Die ist mir zu dolle eng im Moment. Ich habe keine Waage, ich wieg mich nie. Aber die Hosen verraten dann doch, dass die Weihnachtszeit einfach eine Schlemmerzeit ist. Und es nervt mich, ich habe keine Lust, mir dann für eine Zeit lang irgendwie neue Hosen zu kaufen. Deshalb, ja. Sie wird erst abends essen. Jetzt heißt es, in die Hufe kommen. Mh. Denn es wartet auch noch andere Arbeit. Heute ist Pediküretag für Maikes Pferde. Stute Mona ist als erste dran. Wie bei uns Menschen wachsen die Fingernägel beim Pferd auch, also die Hufe. Wie bei uns die Fingernägel. Und wenn die zu lang werden, dann müssen die in das richtige Format gekürzt werden. Oder wenn sie krumm und schief werden, dann muss ich auch gucken, dass ich sie wieder gerade krieg. So. Mein Kaltblut-Hilfswerkzeug. Das ist nämlich sehr praktisch. So. Du kennst das schon. Genau, damit behelfe ich mir. Und dann kann ich ganz bequem als Frau mir die Hufe selber bei so einem schweren Pferd hochhalten. Das zeigen wir gleich, ne Mona, wie wir das machen. Wir machen hier eine Schlaufe um den Fuß. So ein bisschen dann über die Umlenkrolle rücken. Ja, super, fein. Hält sie es hoch. Und dann kann ich hier entspannt arbeiten. Das ist richtig schön. Jetzt mach ich erst mal sauber, schau es mir an. Dann sehe ich schon, ah ja, die ist schon wieder ein bisschen lang geworden. Hier fängt es an wegzubrechen. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich sie wieder in Form krieg. Und als erstes mach ich auch die Eckstreben hier, die drücken, wenn die zu lang werden. Diese Handgriffe beherrscht sie schon seit Kindertagen. Bevor ich hier auf dem Hof mitgewerkelt hab, war ich als Hubpflegerin tätig. Und hab etliche Jahre lang Kundenpferden die Hufe ausgeschnitten. Ja, aber jetzt sind wir hier erst mal fertig. Nach dem anderen Vorderfuß sind die Hinterbeine dran. Und dafür hat Maike ebenfalls eine Vorrichtung. Auf dem Mühlenhof in Zeppelin hat Benedikt Ley die Analyse der Bodenproben bekommen. Er kann jetzt sehen, wie viel Nährstoffe noch in seiner Ackererde sind. Schauen wir mal, was die Proben sagen. Die aktuellen Werte muss er mit denen aus dem Herbst vergleichen. Wie stark hat der nasse Winter die Nährstoffe aus dem Boden gespült? Vor allem Schwefel und Stickstoff interessieren den Biolandwirt. So, genau. Dann schaue ich mir noch an, welche anderen Nährstoffe sind noch im Mangel vielleicht auf dieser Fläche. Und daraufhin erstellen wir jetzt quasi die Aktualisierung der Düngeplanung. Wenn wir jetzt rausfahren, wie viel müssen wir denn düngen, dass die Pflanze nachher bedarfsgerecht ernährt wird, um möglichst Auswaschungen zu vermeiden. Die wären umweltschädlich und für uns auch finanziell schädlich, weil wir nicht düngen wollen, was nachher irgendwo im Grundwasser landet, sondern nur so viel, dass die Pflanze möglichst gut ernährt ist, um nachher besten Ertrag zu bringen und auch nicht krank zu werden. Für jede Pflanzenart gibt das Ministerium spezifische Richtwerte vor. Zu viele Nährstoffe begünstigen Pilz- und Parasitenbefall, zu wenige schwächen die Kulturen. Eine mangelernährte Pflanze, die bricht sofort zusammen, wenn es trocken wird. Und so haben wir manche Nährstoffe, Kalium zum Beispiel, ist sehr wichtig und hilft der Pflanze, Trockenphasen zu überstehen oder auch Frostphasen besser zu überstehen. Und deshalb ist die Düngung auch im Ökolandbau ein ganz wichtiger Baustein, um gesunde, gute, ertragreiche Pflanzenbestände zu generieren. Im Ökobereich ist der Grundgedanke, dass man also nur organischen Stickstoff einsetzen darf, aus Kompost, aus Festmist, aus Gülle. Und gewisse Nährelemente wie Kalium, Schwefel, Magnesium aus bergmännischem Abbau dürfen wir auch streuen. Das wird ausgestreut, das ist aber nichts Künstliches. Der Nährstoffgehalt seiner Böden liegt unter den empfohlenen Richtwerten. Nur vier Kilo Schwefel und neun Kilo Stickstoff pro Hektar. Nur, dass man mehr Hausnummer hat. So ein Weizenbestand braucht, je nachdem welche Ertragserwartung wir haben, wenn es jetzt im Ökolandbau vielleicht sind es 120, 130 Kilo. Im konventionellen Bereich wären es sicher 160, 180 Kilo Stickstoff, die notwendig sind, um die Pflanze so zu versorgen, dass sie ein Korn ausbilden kann und dass das Korn dann auch noch die Inhaltsstoffe hat, Protein und Kleber, die der Bäcker braucht. Also es geht ja nicht nur darum, ein Korn zu erzeugen. Der Weizen kann auch im Ökobereich ohne Stickstoff und Schwefel nicht genug Protein und Kleber ausbilden. Und dann hat das Getreidekorn einfach nicht die Backeigenschaften, die wir brauchen, um dann vernünftige Brötchen und Brote zu backen. Benedikt Lay hat jetzt alle erforderlichen Daten und kann seinen Pflanzenbauchef informieren, welchen und wieviel Dünger der laden kann, um gleich rauszufahren. Im Harz auf dem Biohof Bercht renovieren sie den alten Rinderstall. Die marode Holzdecke muss raus. Drecksarbeit für Jungbauer Johannes und seine Azubis. Einmal bitte runter, wir sind fertig. Ist alles auch noch nie gekloppt. Das ist die schöne Arbeit vorbei. Azubi Silas hatte seinen Spaß. Ja, die schöne ist ja das Rausreißen. Kannste kaputt machen, was du willst. Scheißegal. Immer Attacke. So, jetzt aufräumen und neuen Boden hier rein, ne? Wie wir da schon angefangen haben. Dass das schön wird. An sich hätte man es eigentlich auch so lassen können, so offen. Aber kann man ja vielleicht mal als Lagerplatz gebrauchen, ne? Jetzt erst mal raus aus dem Stall, frische Luft tanken. Und Staub aus den Klamotten schütteln. Ist das schön. Schöne Sonne hier. Besten Job hat der Lukas. Als Nächstes wird für die Abrissaktion der Anhänger gebraucht. Pass, weiter. Eine weitere Fingerübung für die Azubis. Gerade. Schön gerade. Mit dem Hänger rückwärts fahren, das macht Azubi Lukas nicht zum ersten Mal. Ja, nicht so weit. Reicht schon, reicht schon. Gut. Gut. Ich hab's zu Hause immer gemacht, mit der Fahrschule dann immer geübt. Wir haben zu Hause auch einen Betrieb, da bin ich immer gefahren. Im zweiten Auswegungsjahr, da bin ich immer 40 Tonnen gefahren und dann immer Anhängerflas geschoben. Und seitdem kann ich's auch sehr, sehr gut. Letzten Arbeiten vom Mittagessen. Alles an Holz hier drauf. Und so hinlegen, dass man da auch was drauf bekommt. Nicht alles kreuz und quer. Drecksarbeit ohne Murren zu verrichten, für den 18-jährigen Azubi Silas kein Problem. Das hat er bereits auf dem elterlichen Hof in der Nähe von Wolfsburg gelernt. Mir war schon klar, dass viel gebaut wird. So ist es nicht. Aber da steht man sich in der landwirtschaftlichen Ausbildung vor. Das ist halt ... Ausbildung zum Allrounder. Eben, da gehört alles dazu. Das war vom ersten Tag klar. Das hab ich schon zu Hause mitgekriegt. Und das kriegst du hier natürlich auch mit. Eine prüfungsrelevante Tätigkeit ist die heutige Azubi-Arbeit aber nun auch nicht. Haben wir's auch gleich geschafft, ne? Ist das Thema hier auch gleich durch. Heute soll es das in Sachen Stall-Sanierung gewesen sein. Und zwar deshalb, weil Johannes immer noch nicht weiß, wie er die neue Stallfläche nutzen will. Deshalb heißt es jetzt, Müll weg und Mittag machen. Das Wendland in Niedersachsen. Auf dem Ziegenhof im Rundlingsdorf Bausen sind jetzt alle 130 Lämmer da. Auch wenn die Kleinen immer selbstständiger werden, muss Ziegenzüchter Sören Obermeier mehrmals täglich kontrollieren, ob alle fit und gesund sind. Ja, das sind ja eindeutig Geschwister, denke ich. Wenn die so eng zusammen liegen, sehen sie sich jetzt auch irgendwie ähnlich von der Farbe. Kann man auch die Nummer nochmal angucken. Ja, ich will euch auch nicht wecken. Na ja, bleibt mal da. Ich glaube, es ist 67 und 66. Das freut mich immer am meisten, wenn die Kleinen schon hier am Wiederkauen sind. Das sind die da. Jetzt innehalten und dann geht's weiter. Kaugummi. Für die Tiere ist jetzt strukturreiches Futter besonders wichtig. Denn nur so entwickelt sich der Pansen optimal. Mit jedem Heuhallmeer sozusagen wird das aufgebaut. Und wir müssen ja jetzt auch schon weiter denken. Irgendwann wollen wir absetzen, dann kriegen sie ja nur noch Heu. Und müssen dann davon ja auch wachsen. Und ja, wenn sie jetzt eben so früh dann hier schon so eifrig am Futtern sind, ist das natürlich super für uns. Und da bin ich sehr zufrieden, dass das alles klappt hier. Wenn es weiter gut läuft, ist das Verdauungssystem der Lämmer bald vollständig ausgebildet. Doch nach wie vor beschäftigt Veronika und Sören Obermeier ein Nachzüglerlamm. Das hatte einen schweren Start ins Leben und lebt deshalb mit seiner Mutter Meila noch getrennt von der Herde. Das heißt Flunder, weil er nicht aufstehen konnte. Also der, bestimmt eine Woche, ne? Ne, er konnte schon aufstehen, aber der hat halt nicht reagiert so richtig. Ja, aber er ist immer wieder zusammengebrochen und lag dann so auf dem Boden und hatte irgendwie keine... Aber wenn man ihn so animiert hat, dann hat er die Schaft gefasst. Ja, flach wie eine Flunder war er, aber er sieht jetzt richtig fit aus. Ja, das ist irgendwie krass, weil... Also hier gab es ein bisschen Probleme mit der Geburt. Wobei wir ja nicht wissen, wie das hergegangen ist. Also wie gesagt, wir sind ja fast bei jeder Lammung dabei. Aber manchmal geht es halt einfach nicht, wenn es dann mitten in der Nacht passiert, sich das nicht abgezeichnet hat, dann schaffen wir es nicht. Anscheinend sind Nervenenten noch nicht so richtig hundertprozentig alle, sage ich mal, zusammen gewesen, um das jetzt mal sehr laienhaft zu sagen. Und dann hat er ja irgendwie Probleme gehabt, irgendwie sich zu bewegen. Und dann war der Tierarzt gerade da und dann hat er nur gesagt, du gibst ihm jetzt hier Vitamin B und wenn der irgendwie leben soll, dann mach den einzeln mit der Mutter. Und dann, weil die sich ja gar nicht finden, der ist ja gar nicht in der Lage. Und dann habe ich, ich habe schon gedacht, ach das, ob das was wird. Also man hat mal so ein Gefühl so... Und dann passiert immer so ein, wie so ein Wunder. Ich habe den dann halt eben mit dem Vitaminpräparat dann eben aufgepeppt, keine Ahnung. Jedenfalls, der war dann nach zwei Tagen, stand er halt so da. Als wenn er dann erst erwacht ist. Zehn Tage waren der kleine Bock und seine Mutter in der Einzelbox. Veronika und Sören wollten sicher sein, dass er gut gewappnet für das Leben in der Herde ist. Ziegen haben untereinander eine strenge Rangordnung und die wird nicht immer zimperlich ausgefochten. Bei Flunder und seiner Mutter Meila geht alles gut. Doch das nächste Sorgenkind wartet schon, die Milchziege Demeter. Zurück in Schleswig-Holstein. Auf Hofberg ist Pediküre-Tag für die Pferde. Weil beim Hinterfuß habe ich ja keine Umlenkrolle, fehlt mir der Bauch. Um den jetzt so zu halten, da stütze ich den da drauf. Und später auch, um die Hufe von außen zu bearbeiten, lege ich die von nach vorne drauf. So ist das eigentlich ganz praktisch. Da habe ich auch ganz guten Halt des Fußes. So, sauber. Das Horn am Pferdehuf wächst etwa einen Zentimeter pro Monat. Meike muss mit viel Gefühl arbeiten, denn der Huf ist sensibler, als man denken könnte. Unter dieser Sohle hier oder unter dem ganzen Horn, da verbirgt sich ja eine Lederhaut, heißt eine durchblutete Haut. Und wenn ich jetzt hier mich verschneide zum Beispiel und abrutsche oder zu tief schneide, dann kann es auch sein, dass es blutet und das will ich natürlich nicht. Und hier, manchmal kommt dann unter einer Schicht was zum Vorschein, hier ist so leicht rötlich, da ist sie wohl auf den Stein draufgetreten. Und daran sieht man, okay, innen drin ist Blut, im Huf. Aber jetzt tut es, genau, das ist ein Bluterguss, aber jetzt tut es ihr nicht weh. Also zumindest nicht, wenn ich mit meinem Daumen drauf drücke, sonst wird sie zucken. Das ist alles gut, ne Mona? Naja, die hat ja auch ein bisschen Gewicht da drauf zu tragen. Feine. Feier. Die Kokosrassel, allerbester Dünger. Gesunde Pferdefüße sind auch wichtig für ein Herzensprojekt, das Maike plant. Genau, Wanderreiten. 2004 sind Falk und ich auf einem Wanderritt gewesen. Ein halbes Jahr lang, wir sind nach Schweden geritten. Da hatten wir noch keine Kinder und den Hof noch nicht an der Backe. Und das war schon ein Abenteuer. Auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt tatsächlich von der Schleswig-Holsteinischen Schweiz, also von hier, in die Mecklenburger Seenplatte reiten möchte. Mit den beiden da drüben und einer Freundin. Und da habe ich immer schon von geträumt, rein zu reden. Mit Lucy und Winnie wird sie zwei Wochen lang unterwegs sein. Jeden Tag wollen sie 20 Kilometer schaffen, auf Teer, Schotter oder Waldwegen. Und das ganz ohne Hufeisen. Die kommen bei Maike nicht unters Pferd. Beschlagen, ja oder nein, diese Debatte ist so alt wie das Hufeisen selbst. Und Maike ist eine Barhuf-Verfechterin. So ein schwerer Körper mit zu viel Masse, wenn da ein Eisen unten drunter ist und das auf dem harten Boden ist, ist null Stoßdämpfung. Das müssen alles die Gelenke auffangen. Und man kann mit Röntgenbildern nachweisen, wie diese Knorpel, die hier drin sind, dass die verknöchern. Gerade bei den Kutschpferden heute auch noch. Und ich kann, wenn ich da mehr Stoßdämpfung habe, durch den natürlichen Huf dem vorbeugen. Und für den Wanderritt gibt es Hufschuhe wie diese. Das ist Stoßdämpfung. Und dann ist das natürlich auch Abriebverminderung. Das jetzt hier sind alte Schuhe, die sind ganz neu. Da sieht man auch, wie viel da schon weggelaufen wurde im Vergleich zu hier. Ja, gut gemacht. Schuhe passen noch, Mona. Du warst so geduldig. Klasse gemacht. Deine Schuhe. Riechen Sie nach Fußgeruch? Haben Sie? Nö, ne? Mona ist fertig. Gleich kommen die anderen beiden dran. Und dann steht dem Wanderritt nichts mehr im Weg. Auf dem Mühlenhof kann endlich gedüngt werden. Die Böden sind abgetrocknet. Die Maschinen können gut darauf fahren. Benedikt Ley und Marco Schneider wollen kontrollieren, wie gleichmäßig der Streuer den Dünger in der Breite verteilt. Dafür stellen sie Messschalen auf. Über die gesamte Breite der Fahrspur. 24 Meter. Hin und zurück fährt der Streuer an den Schalen vorbei. Danach müssten alle Schalen gleich gefüllt sein. Also man sieht, jetzt hier ist quasi die halbe Menge drin. Und da sieht man schon, wie wenig das eigentlich ist. Wenn er jetzt runterfährt, dann haben wir die zweite Ladung quasi drin. Und dann sehen wir, ob wir hier ein gleichmäßiges Verteilmuster haben. Hier sieht man nochmal die einzelnen Körner. Auf dem Schlag hatten sie im Herbst Gerste gesät. Jetzt werden auf 10.000 Quadratmetern 150 Kilo Kiserit verteilt. Der wird von zwei Förderbändern zu den Streuscheiben links und rechts transportiert. Der Kiserit, das ist ein Rohsalz. Das ist quasi bergmännisch gewonnen, wie aus einem Salzstock raus. Das ist kein Kunstdünger, sondern es ist deshalb im Ökolandbau erlaubt, weil es ein natürlicher Rohstoff und Nährstoff ist, der auch natürlich abgebaut wird und dann nicht irgendwie industriell verändert wird. Auf dem Rückweg kommt der Streuer dicht an den Schalen vorbei, die auf der Hintour außen standen und weniger Körner abbekommen haben. Und so kann man dann eben abmessen oder sehen, ob es überall gleich ist. Schaut jetzt schon mal auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich hole mal noch eine von weiter drüben. Wenn du die äußere hast und die, dann hat man zumindest optisch schon mal eine Idee, wenn du die mal nimmst, ob das so hinkommen kann. Das schaut schon mal nicht schlecht aus. Der Boden ist noch feucht, ideal für die Körner. So lösen sie sich besser auf und die Nährstoffe sickern schneller in die Erde. Der Streuer arbeitet automatisch. Dafür muss Pflanzenbauchef Björn Wichmann unter anderem die Gesamtmasse des Düngers eingeben und die Größe der Fläche, auf der er verteilt werden soll. Das müssen wir dem Streuer halt einmal vorgeben, wie weit die Körner fliegen und wie weit er die schmeißt. Das hat was mit dem Aufgabepunkt und mit der Drehzahl von den Streuscheiben zu tun. Die beiden schwarzen Kegel zeigt jetzt, dass er streut. Wenn wir jetzt hier vorne am Vorgewende rausfahren, dann schaltet er automatisch weg. Da brauche ich nichts mehr machen. Das ist alles genau eingemessen. Das machen wir mit den blauen Schalen, die wir vorhin schon gesehen haben. Damit bestimmen wir genau den Streu- und Aufgabepunkt vom Dünger, also wo der landet. Und dann können wir wirklich auf dem Punkt genau bestimmen, wann die Maschine zuschaltet, wann sie ausschaltet und dass der Dünger genau dahin fliegt, wo wir ihn haben wollen. Und das ist alles GPS-gesteuert, damit der Dünger überall ankommt. Auf dem Ziegenhof im Wendland geht die Lammzeit zu Ende. Während sich der Nachwuchs im Stall von Veronika und Sören Obermeier gut entwickelt, beschäftigt die Ziegenzüchter eine ihrer Thüringer Waldziegen. Nach einer Rangelei mit einer ihrer Artgenossinnen ist das zweijährige Tier verletzt. Ja, sie hat Schiss, ne? Die hat Schiss, ja. Okay, sie weiß schon, was ihr droht jetzt? Das ist unsere Demeter. Sie hat nur ein Lämpchen, das heißt, sie hat ein bisschen zu viel Milch auf der einen Seite. Und sie ist eine ganz ängstliche Ziege. Und genau ihr ist leider etwas passiert. Sie hat einen Hornstoß ins Euter gekriegt, das hat eine Verletzung im Euter. Und auch noch auf der Seite, wo das Lämpchen nicht trinkt, wo wir immer melken müssen. Jetzt müssen wir sie festhalten und diese Seite natürlich ausmelken. Und das mag sie nicht so gerne. Demeter hat in diesem Jahr zum ersten Mal ein Lamm. Dementsprechend ungewohnt ist die ganze Situation für die junge Ziege. Noch Mäuschen, ja. Hast du sie? Ja. Also hier sieht man ganz gut diese ... Oh ja, schau. Hier ist ganz schön ausgetrunken, ist noch ein bisschen Milch drin. Das Lamm trinkt also auf dieser Seite. Und hier sieht man, wie viel Milch drin ist. Es hat auch geschwollen. Und hier wurde sie getackert vom Tierarzt. Da ist so ein Silberspray drauf, um es zu versiegeln. Ja, genau. Und da melke ich jetzt mal was ab, damit die Milch rausgeht. Sonst ist ja der Druck immer ... Ich merke sie leer, richtig. Damit da nicht so viel Druck natürlich ist. Weil das Lamm ja eh nichts trinkt auf der Seite. Zu viel Druck könnte die Narbe reizen und zusätzliche Schmerzen bereiten. Natürlich eine doofe Situation für sie, ne? Ja, also in der einen Milchtüte hier quasi, da sind ungefähr ein Liter drin. Wie man das kennt als Supermarkt. Eine Unterhälfte, eine Tüte. Aber das ist auch ... Die hat echt Potenzial, diese Zwiege hier. Obwohl Demeter in dieser Saison zum ersten Mal gemolken wird, gibt sie schon viel Milch, sagt Sören. Dadurch ist sie für ihn als Zuchttier besonders wertvoll. Also es verheilt jetzt gerade. Sonst hätte man jetzt nochmal Silberspray drauf gemacht oder so, desinfiziert. Aber das ist ... Sieht alles gut aus. Und wir müssen dann heute Abend wieder melken. Also müssen die halt jetzt zweimal am Tag abmelken, die Seite. Das ist alles super. Sieht gut aus, ja. Demnächst kommt ein Vertreter der Landwirtschaftskammer auf den Hof. Er wird Demeter und neun weitere Thüringer Waldziegen nach Euterform, Zahnstellung und weiteren Zuchtkriterien beurteilen. Median- und Trom MIC nuestros careless z cozffen, overlooks Believe Believe nicht. Als nächstes gehen, wenn er verstehen die Frage ab, geht das 아파önlez und oder so, wir wollen mit der trifft und wegfehlen die Questo sehen. Sogan werde ich alles gekommen. Also nicht und mit Pluto ein integri 화장em das eingestellt und beden für取 eksperts. Mitije geht das Isabeg rarely zu please. Sogan die Hauir하면서 die Anhaltung 언� quería darauf richtig abholen. Sogar werden natürlich auch hier zu konsolassen und noch an die Zeit noch nach unten an Chromếu. Vielen Dank.